Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei ArchieGaming, Flo mit am Start. Heute gibt es neuen SPC-Content, es ist Mittwoch, es ist kurz nach 19 Uhr und auch heute wollen wir uns natürlich wieder um den 19 Uhr-Content in FIFA 23 kümmern. Es ist nicht mehr lange hin Freunde, dann geht es endlich los mit EA FC 24 und keine Sorge Freunde, in den nächsten Tagen und auch Wochen wird natürlich EA Sports FC-Content kommen, das heißt schon vorab natürlich auch Informationsvideos und Tutorials und so weiter und so fort, aber natürlich dann auch zum Release ab dem 22.09. können wir ja, wenn wir die Ultimate Edition vorbestellt haben, ja in EA FC reingehen und ab da gibt es natürlich dann auch jeden Tag hier auf dem Channel EA Sports FC-Content. Stand jetzt ist quasi FIFA 23 am Auslaufen und da bekommen wir heute die 94 Plus Footies Player Pick, genauso wie letzte Woche auch. Fünfmal wiederholbar in 23 Stunden Refreshed jetzt das Ganze. Wir haben wieder die Tagsanmeldung abgehört SPC wie jetzt täglich und als Spieler SPC erwartet uns heute Daily Blind. Alles, wenn wir gemeinsam bequatschen, ich bin gespannt auf eure Meinung, lasst mich gerne schon mal in den Kommentaren wissen. Bevor wir rein starten, Gerd, kurz lieber da lassen, 500 Likes auch heute, die das Likes zählt, falls ihr es also feiert, dass ich immer noch täglich für euch am Start bin, auch wenn es jetzt Richtung Ende von FIFA 23 losgeht. Ich will das fließend jetzt rüber machen, quasi den Übergang zu EA FC. Ich hoffe, ihr bockt auf das Ganze und supportet das Ganze nach wie vor, falls ihr neu sein solltet und wie gesagt kein Content täglich verpassen wollt. Gerne überlegen, kurz die Glocke zu aktivieren, ein Abo dazulassen Richtung 60.000 Abonnenten. Wir haben es fast geschafft, Freunde. Wäre auf jeden Fall extrem nice, da euren Support zu sehen. Ja, wir schauen uns gleich an. Mehrere von den 94 Plus Footies Player Picks. Wir gehen natürlich wie jeden Tag, wie gesagt, in die Anmelder-Upgrade SPC rein, holen uns auch da die Packs und die Frage geht raus erstmal an euch, Freunde. Welche habt ihr denn daraus gezogen? Sowohl aus den Player Picks als auch, wie gesagt, aus den Packs aus der Tagsanmeldung. Wir kriegen ja gleich weitere Packs in den Zielen. Lasst mich das gerne wissen unter eurer Meinung, wie gesagt, zu Daily Blind. Bevor wir uns aber den Content anschauen, fangen wir erstmal mit der Tagesanmelder-Upgrade SPC der Preseason. Wieder geben wir ab, einen Bronsenspieler. Bitte vergesst es nicht. Man vergisst es relativ schnell, relativ easy zu machen und an dieser Stelle auch von meiner Seite aus die Erinnerung wieder an euch. Ja, bevor wir gleich mit den anderen beiden SPCs weitermachen, die kurze Frage an euch, die jetzt gerade dieses Video schauen, als euch Communityfreude. Ich würde mich gerne mal wissen, was für explizite Videos würdet ihr denn gerne noch zu EAFC sehen. Schreibt mir das gerne mal rein runter in die YouTube-Kommentare und dann werde ich mal anschauen, ob ich da das ein oder andere vielleicht sogar machen kann. Wir wissen ja jetzt die Top 50 Ratings. Da hatte ich mal überlegt, ob ich ein separates Video dazu mache. Hat teilweise schon fast angefangen zu produzieren, aber dann war ich immer noch am Überlegen, okay, lohnt es sich? Wir wissen jetzt teilweise immer durch die Leaks auch die offiziellen Ratings der Vereine. Das kommt nach und nach jetzt immer mehr und die Frage ist, zu was soll ich halt ein Video machen? Hättet ihr daran Interesse, zum Beispiel zu den Top 50 Ratings mal ein Crop-Bands-Video zu sehen? Wolltet ihr sonst irgendwas zu EAFC wissen? Falls das der Fall ist und ihr vielleicht sogar das ein oder andere sehen wollt, lasst mich gerne mal da eure Inspirationen wissen. Ich lasse mich da davon gerne inspirieren und wie gesagt, ich höre gerne bei euch in die Community mal rein und lasst eure Meinung da auf jeden Fall gerne mit einfließen. Das ist mir immer relativ wichtig, bevor ich hier einfach irgendein Video mache und ihr vielleicht gar keinen Bock habt. Ich habe rausgehört, auch gestern aus dem Kommentarbereich, damit ich kann noch mal kurz drauf eingehen. Natürlich ist jetzt Ende von FIFA, natürlich ist jetzt hier die Luft raus, aber ich will trotzdem daily für euch am Start sein. Ich hoffe, wie gesagt, dass supportet ihr und ja, natürlich ist es aber so, dass es auch dann zu EAFC weitergeht und zu EAFC gibt es natürlich dann auch wieder Bronze Pack to Glory. Also dann wird es wahrscheinlich wieder ungefähr, ja, fast allen Tag wieder zwei Videos pro Tag geben, denn dann gehen wir natürlich auch in anderen Content wieder rein. Wir werden dann die Weekend League starten, wir werden wieder die Bronze Pack to Glory starten. Vielleicht werden wir ein Live-Format einmal machen, das ein oder andere noch ändern. Wie gesagt, da kann ich einiges erwarten, sobald es, wie gesagt, dann losgeht, ja, mit EAFC und das ist am 22.09. der Fall und dann gehen wir, wie gesagt, ordentlich rein. Ja, und apropos reingehen, Freunde, hat EA heute offiziell gepostet und zwar hier jeweils vier Fotos und zwar haben sie gepostet, die besten der Welt sind in the World's Game. Bestelle die FC24 Ultimate Edition vor und spiele sieben Tage früher, wie wir das Ganze kennen und dann hier jeweils, ja, quasi ein Männerbild. Dann haben wir natürlich auch die Premier League der Frauen am Start, dann haben wir die Premier League der Männer am Start und auch die Major League Soccer der Frauen mit Marta hier beispielsweise und ja, hier wird nochmal dran erinnert, eben die Ultimate Edition vorzubestellen, denn dann bekommen wir insgesamt sieben Tage vorab Zugriff und das ist eben dann der 22.09. Falls ihr noch nicht die Ultimate Edition vorbestellt haben solltet, dann ist Links dazu, sind dann unten in der Beschreibung, also da auf jeden Fall auch gerne drüber supporten und wie gesagt, kostet euch keinen Cent mehr darüber über die Support Links und falls ihr das also noch vorbestellen wollt, dann geht das natürlich noch vor dem 22.09. damit ihr eben sieben Tage vorab Zugriff einmal habt. So, jetzt zum Spieler Daily Blind. Ich muss euch ehrlich sagen und ich glaube, damit bin ich nicht alleine mit dieser Meinung. Warum haut EA nicht beispielsweise jetzt? Sie haben ja Thema quasi, klar, Transfers. Daily Blind ist auch transferiert zu Girona, alles klar, alles gut und schön, aber Harry Kane hätten wir glaube ich alle Bock drauf. Generell, irgendwelche heftigeren Squads, also wo sie jetzt aus welcher Ecke auch immer diese Daily Blind Moments SBC raushauen, ich kann es aus mehreren Gründen meiner Meinung nach nicht verstehen. Ich gehe das jetzt gleich nochmal deeper mit euch rein, aber erstmal vorweg, er ist eine Woche da und wir müssen abgeben, das schon mal vorweg, ein Zwar und zwar ein 88er-Grader-Squad, okay, mit dem Team of the Week, mit dem Team of the Season, Schrägstrich Team of the Season, mit dem Niederländer, der auch mit dabei sein muss. 88er-Grader-Squad, that's it. Aber, das ist für mich das große, aber ich verstehe eins nicht, wir bekommen hier eine Daily Blind Karte, die 1,80 ist. Drei Sterne, fünf Sterne, so schön, so gut, mittelhoche Arbeitsraten, dann kann er IV, er kann LV, er kann ZM spielen, Girona, wie gesagt, durch La Liga Link, durch Holland Link ist natürlich easy linkbar, dann haben wir ein ordentliches Tempo, dann haben wir passen, wir haben Dribbling, wir haben Dev und wir haben Physis. Aber, gerade auf dieser Position, wir hatten zuletzt den Kim beispielsweise, als Moments SBC draußen, wir haben immer noch die IV Cavalio SBC draußen, auf der Position des IVs, Schrägstrich auch ZDM, da hatten wir zuletzt ja den Rise, der jetzt eine 99er-Grader-Grader-Karte beispielsweise ist. Linksverteidiger, wen haben wir da gerade aktuell? Alba in den Objectives, ich glaube, der geht sogar noch komplett in zwei Wochen durch die Crafting-SBC, die wir nur zehnmal abschließen müssen, bekommen wir direkt eine 98er-Alba-SBC-Karte, beziehungsweise Objective-Karte. Und insofern verstehe ich von vorn bis hinten nicht, wie sie darauf kommen, ey, wir hauen heute mal an diesem Mittwoch am 6.9. ein Daily Blind raus, als Moments SBC-Karte. Ich verstehe es nicht. Und da bin ich einfach wieder bei dem Punkt, dass ich finde, bei jeder SBC, die released wird pro Tag, sollte ja auch einfach mal einen Text raushauen, wo sie sagen, okay, das haben wir uns bei der SBC gedacht und deshalb kommt die jetzt auch raus. Ich verstehe es nicht. Moments Blind ist am Start. Ja, klar, sieht natürlich schön aus. 98er-Reactions, 97 verteidigen, 92 Physis, 97 passen. Okay, okay, okay. Aber schaut mal bitte bei euch in den Verein. Auf der IV, auf der ZDM, auf der LV-Position. Und ich glaube, da findet ihr jeweils ein, zwei, die auf jeden Fall vor dem Daily Blind sind, beziehungsweise warum soll ich mir auf der IV-Position, ich würde ihn niemals für 1,80 in die IV-Position stellen. Wenn ich das jetzt mir direkt mal so anschaue von den Stats her, ich sehe ihn auf jeden Fall, wenn dann auf der ZDM-Position. Aber selbst da, Matthäus, 99er und Rice, 99er, beispielsweise oder generell im Mittelfeld, ja, hast du im ZM dann einen Bellingham, den du vorziehst. Du hast einen Zidane, den du da vielleicht vorziehst im ZM. Also auf diesen Positionen, sorry, braucht kein Mensch diesen Daily Blind jetzt. Eigenschaften bringt er Weitwurf mit, außeres Schuss, außeres Pass, Flairpässe und Teamspieler. Aber natürlich ist es eine SBC, die du mal eben so mit links einfach mitnimmst. Aber es ist kein Spieler, der jetzt einfach, sag ich mal, ja, wo ihr überlegt, hey, den werde ich jetzt vielleicht in meinen Main-Squad packen. Sondern das ist einfach nur Club-Filler. Also einfach kommt, zack, rein in den Verein und dann spielt er wahrscheinlich kein einziges Game. Und ist am Ende des Tages vielleicht sogar nur SBC-Futter, wenn man jetzt ganz krass das Ganze sieht. Vollstehe ich nicht hundertprozentig. Lass mich immer eure Meinung dazu wissen. Ich weiß nicht, ob EA selber weiß, warum sie die rausgehauen hat, weil es gibt ja so viele andere Möglichkeiten. Und dann hau es doch lieber jetzt. Also wir haben ja wirklich noch zwei Wochen, bevor EAFC jetzt losgeht. Hau doch jetzt einfach zwei Wochen vor dem EAFC-Release ein Harry Kane raus. Wo wäre das Problem gewesen? Oder sonst irgendeine andere geile SBC-Karte? Aber Daily Blind, keine Ahnung, was das soll. Dann habe wir, again, schon wieder draußen die 94-Plus-Footie-Spielerwahl. Die finde ich grundsätzlich ganz cool, denn wir haben hier vier zur Auswahl. Wir haben die Premium-Footies, wir haben die Normal-Footies mit drin, wir haben die Heroes mit drin und eben aus allen Teams. Ja, 94-Plus geratet. Und jetzt kommt es, Freunde, fünfmal wiederholbar, wie gesagt. Aber wir haben nicht mal drei Segmente wie letzte Woche, wo wir Garcia's hatten und so. Wir haben nur noch einen 89er und 92er-Wayne-Squad. Ich meine, letzte Woche war noch ein 88er mit dabei. Also ist hier günstiger geworden. Ist immer noch nicht günstig-günstig, aber ich glaube jetzt so roundabout 200k. Gucken wir gleich mal rein, ob ein Preis schon da ist. Und dann haben wir, wie gesagt, das als zwei neue SBCs. Gleich im Detail zu Footbill nochmal und dann schauen wir uns das Ganze an. Vorher möchte ich aber mit euch hier reingehen und zwar die Pre-Season 7. Ich habe jetzt geschlossen das 584-Plus-Pack einmal abholen und mitnehmen. Und dadurch bekommen wir XP und die bringen uns zu Level 17. Und bei Level 17 auch kein schlechtes Pack, bekommen wir das 82x10er-Pack, was wir uns hier einmal holen und natürlich auch gerne mitnehmen. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Und so haben wir quasi durch einen Bronze-Spieler drei weitere sehr, sehr gute Packs am Start, die wir natürlich jetzt direkt öffnen wollen. Dann haben wir noch eine weitere Thematik mit Provo-Packs. Die sind ja seit einigen Tagen nicht mehr verfügbar in FIFA. 283er. Schon mal ein sehr, sehr guter Start. Vorführeffekt und so. Provo-Packs, denke ich mal, ist vorbei. Also mit Pro-Packs ist, glaube ich, komplett vorbei. Da haben wir nur noch Gold-Packs. Ja, aber Provo-Packs, wie gesagt, kommen nicht mehr zurück. Ich habe es gesagt, in zwei Wochen geht EAFC los. Und da, wie gesagt, da kommen keine Pro-Packs. Das ist auf jeden Fall das Ende der Pro-Packs. Falls ihr also da nach Pro-Packs sucht, sie werden wahrscheinlich nicht kommen. Hier haben wir jetzt, man hat keine Zeit, mal wieder Future-Star. Fernandes ist ab Start. Ah, okay. 90er Rating. Future-Star als Wandspieler. Oh, lang nicht mehr gesehen. Hala ist dabei. Aspas, Moreno und ein Barnes. Alright. Kein Duplikat. Das heißt sogar direkt ins nächste Pack. Auch sehr, sehr gut. Und das nächste Pack, das 10-82-Schusser. Komm. Bitte, EA. Jawohl. Team of the Season. Komm, 94er. Oh, Mertens. Ja, 90er Mertens. Aus dem 82-Pluser. Wer ist hin da? Wie viele Special-Karten? Zwei Stück. Ja, immerhin. Swalarek ist da. 84er, 83er. Kann man mit leben. Mertens ist auch untrade. Und der Rest untrade. TAR ist tradable. Ramiro. Andresilva. Ja, komm. Zumindest die drei. Um die anderen zwei kümmere ich mich später. So, zu den anderen 94-Plus-Footies-Player-Picks gehen wir am besten jetzt rein. Würde ich sagen. Ja, nach den Packs gehen wir rein zu den 94-Plus-Player-Picks. Let's go. Und rein da. So, Freunde. Dann geht es mal rein. Und zwar in die alten 94-Plus-Footies-Player-Picks, wo wir unter anderem noch die SS-Spieler dabei hatten, die Shapeshifter. Um mal einfach auch gleich einen Vergleich zu haben. Hier haben wir teilweise dann natürlich auch welche gehabt, wo wir dann, ja, drei Footies hatten und dann nur eben ein Shapeshifter. Aber es war auch ein vieles hin und her. Und kurz noch zur Erinnerung. Ich wurde eben vom Twitch-Chat noch korrigiert mit den Probopacks. Es sollen wohl heute 50k und 100k Packs heute Mittag und auch heute Morgen im Shop gewesen sein. Also es scheint doch noch Probopacks auf jeden Fall zu geben. Nur halt eben nicht dauerhaft, sondern halt wirklich nur dann ein paar Stunden. Ich kann es nicht 100% confirm, aber natürlich haben jetzt einige schon geschrieben in die Kommentare beziehungsweise in den Twitch-Chat selber rein. Also kann ich euch da auf jeden Fall schon Bescheid sagen, dass es immer noch Pro-Packs, da möchte ich mich kurz korrigieren, die gibt es anscheinend immer noch. Hier haben wir jetzt den Jatale, Freunde. Und ich würde sagen, wir gucken mal rein. Und zwar in die neuen Picks. Let's go. Und rein da. Ja, und da sind wir am Start. Und zwar mit dem neuen 94-Plus-Footies, wo endlich die Shapeshifter eben raus sind. Wunderbar. Oh, Gabriel Jesus. Hey. Ich hoffe, du hast nicht alle davon untrade. Sonst natürlich auch Gabriel Jesus mitnehmen, so, weil er high-rated ist. Gut, kostet auch nur 120k, aber trotzdem. 120k wären 120k. Okay, in dem Fall SPC-Footer. Aber da haben wir schon schlechtere gesehen. Gucken wir mal rein ins nächste. Gabriel Jesus aus dem ersten. Not bad, not bad, not bad. So, Freunde. Da ist der nächste 94-Plus-Player-Pick. Genauer gesagt, haben wir hier auf dem Account tatsächlich zwei 94-Pluser. Die werden direkt hintereinander machen. Zwei 94-Plus-Footies, Player-Picks. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Er hat einiges schon am Start. Wir haben jetzt gerade beim zweiten Mal ausfüllen reingeschaut. Greedish hätte er fast abgegeben, hat er gerade noch gewechselt. Oblak wird es jetzt in dem Fall. Und back to back. Er nimmt jetzt hier Cordoba mit. Kann er nicht beide in SPC packen. Hätte ich in dem Fall auch gemacht. Ja. Aber keine schlechten Picks. Also man muss das an dieser Stelle wirklich mal sagen. Schlecht sieht wirklich anders aus. Weil ihr seht es hier, wie wir da theoretisch alles ziehen können. Hier der Screen, muss ich für euch öffnen. Und wenn man sich dann mal anschaut, was wir da eben hatten. Eben mit den 97ern. Ihr seht aber, wie wir hier alles theoretisch ziehen können. Klar, Oblak ist jetzt nicht highest rated. Aber jetzt zum Beispiel Cordoba ist auch noch bei knapp 300k. Also da muss man wirklich sagen, ist wirklich etwas Gutes bei rumgekommen. Und für den Preis, bleibe ich dabei, ist eine gute SPC. Ja, das war es jetzt mit den 94 Plus Footies Player Picks, die am Start gewesen sind. Und wir gehen rüber zum nächsten Step. Und das ist Footbin. Wir schauen es natürlich an. Ein Daily Blind und das jeweilige Upgrade. Auf die SPCs bezogen sind wir bei Daily Blind bei roundabout 60.000 Münzen. Wie gesagt, es ist eine SPC, die man eigentlich bei ebenso mit Links natürlich mitnimmt. Und dann sind wir tatsächlich bei roundabout 200k, 190.000 Münzen jetzt hier bei der 94 Plus Footies Player Pick, die wieder again am Start ist. So, Daily Blind, 94 Plus Footies Player Pick. Was ist eure Meinung dazu? Lasst mich das gerne schon mal wissen. Und dann wollte ich mit euch gemeinsam nochmal, bevor wir uns gleich blind anschauen, das jeweilige Upgrade auf die Position gehen. Zum Beispiel IVs, zum Beispiel ZDMs und zum Beispiel, ja komm, lass uns auch die LVs mit reinnehmen und die eben uns mal anschauen. Also, Lothar Matthäus kann auch IV, ZDM spielen. Habe ich eben erwähnt. Ich habe Rice eben erwähnt. Ich habe Bellingham erwähnt, der auch witzigerweise ZDM spielen kann. Oder was heißt witzigerweise? Van Dijk aktuell immer noch zu ziehen. 98er. In Packs beispielsweise. Lucio haben auch viele. Marquisio kann die Position besetzen. Kim haben wir am Start gehabt. Jordi Alba habe ich eben erwähnt. Mit Bellingham natürlich auch die andere Version möglicherweise zu spielen. Schweini sieht man auch ganz viel in der IV-Position. Varane hat der ein oder andere vielleicht im Level-Up-Player-Pick gezogen zum Beispiel. Ja, und dann geht das ganze, geht die Liste bis nach unten hin weiter. Also, das ist endlos. Und da sind so viele Alternativen und die ihr auch dann im Verein habt. Da stellt sich ja wirklich die Frage, so warum? Warum jetzt hier so ein Daily Blind, der noch keine Special-Karte hatte, wo sie ihn jetzt auf einmal herziehen? Man weiß es nicht. 50 Pace, klar. 14 Schuss, 14 Passen, 14 Dribbling, 15 Def und 21 Physis-Upgrade. Und wir haben natürlich auf die 3 Sterne 5 Sterne auch ein Update, weil er hatte vorher 3 Sterne 3 Sterne. Also, dass das natürlich ein massiver Boost ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Kannst du einfach mal so Just-Wolf mitnehmen. Vielleicht sogar für den Fun-Squad oder so. Für den La Liga-Squad einfach. Wir können ja beispielsweise mal in der La Liga auf der jeweiligen Position da mal schauen. Und unabhängig davon, dass wir jetzt auch Bellingham, die wir eben gezeigt haben, eben in der ZM-Position alternativ am Start haben. Eda Militao sieht man auch immer noch häufig. Kunde, auch Raucho, Alaba. Zu Footies Time kam so viel. Delaney durch die Objectives kann auch IV und ZM spielen. Also, wir haben auf der Position eine maximale Überbesetzung. Und deshalb, ich verstehe es nicht. Ich kann mich da nur wiederholen, wie darauf kommt, eine Daily... Also, wenn man mich heute gefragt hätte, vor 19 Uhr, welche Spieler-ASPC könnte als Moments kommen, dann hätte ich euch alles andere genannt. Aber nie im Leben eine Daily-Blind-ASPC. Nie im Leben hätte ich das gewettet. Kein einzigen Cent hätte ich darauf gewettet. Aber gut, jetzt ist es so, Freunde. Wir müssen mit Leben. Und das ist auf jeden Fall der heutige SPC-Content. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen, Freunde. Und habt ihr schon die EAFC vorbestellt? Ja oder nein? Lasst mir das auch gerne in den Kommentaren wissen. Und wie gesagt, falls ihr da weitere Videos sehen wollt und vor allen Dingen, welche Videos ihr sehen wollt in den letzten Tagen, bis es dann losgeht, offiziell mit EAFC, lasst mir das gerne wissen. Ich habe schon einige auf der Liste, die ich natürlich dann abhacken werde in den nächsten Tagen und Wochen. Da könnt ihr euch also drauf freuen. Und mich würde es natürlich auch freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet zum neuen SPC-Content, dann am Donnerstag mit natürlich den Top-Partien und vielem mehr. Also, bis zum nächsten Mal, euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.